Ok, warte mal, dann würde ich sagen, dass ich das wie eine Strecke oben drauf stehe. Hmm, es wird jetzt nicht mehr funktionieren wahrscheinlich. Doch, die läuft trotzdem. Ok, aber dann machen wir die Lampe hier. Ein bisschen Strom erzeugen, bin gespannt, was jetzt passiert. Ok, wo haben wir den Dominostein hier? Gut, dann schauen wir mal. Oh nee. Ok, nochmal. Juh, wir haben es geschafft, sehr gut. Sehr gut. Ab nächstes Level. Das vierte Rad im Wagen. Toll. Ok, das Rad, das muss runter. Wie geht es denn jetzt, wenn ich mal schaue? Wow. Wo? Ähm. Ok, warte mal. Eigentlich. Kann ich so einen Dominostein im Weg stellen? Das ist spätestens Licht. Geht das? Nein, da fällt es runter. Ähm. Eigentlich müssen wir nur die aufhalten, ne? Die Kiste ist also blockiert. Was ich gesehen habe, die Kiste. So. Mal schauen, was jetzt passiert. Ähm. Ähm. Das geht nicht. Aha. Moment mal. Ventilator. Hieran. Dann. Mal drüber nehmen. So. Das ist gleich runter geworfen, das Problem. Kann sie ihn blockieren? Ich muss mal kurz mal testen, was passiert, wenn ich das Ding hier reinbaue und mal verbinde. Manche gar nicht viel. Wenig bis bisher wenig. So. So. Okay. Da ist eine Wirkung. Jetzt sind wir hoch. Haben wir noch einen Domino Stein. Moment mal. Wie kann es funktionieren? Es kann sein, dass wir mit dem Ball da runter katapultieren müssen. Kann ich den blockieren vielleicht? Aber ja, komm. Nur ein bisschen länger gebraucht. Okay. Da kann ich nicht angehen, dieses Ding. Aber wir haben doch einen Domino Stein. Ich tap. Okay. Jetzt ist wohl in die Batterie. Okay, der Ballon darf das da nicht erwischen. Der Ballon, das erwischt, ist vorbei. So kommt zwischendurch. Oh, wir haben es geschafft. Sehr gut. Mein Gott, was für eine Operation. Hätte es mir auch wirklich einfacher machen können. So. Ich brauche diesen Schwert für ein historisches Experiment. Ich denke mal, wir müssen nur den Basketball auf das Schwert werfen, damit es unterfällt. Ah. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Und der könnte dann wieder etwas anderes aktivieren. Hm. Jetzt einstecke. Okay. Ich werde sie so hinsetzen, wo sie sich stört. Okay. Nein. Komm, nein. Und schon mal starten. Ich kann nicht starten. Wieso nicht? Was ist das? Aha, manchmal. Was ist das? Da gibt es einen Stapel. Wir verarschen. Da geht was nicht. Das geht jetzt nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. nichts. Das geht nicht. Ich brauche immer wieder deine Sägel. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich bin Chiland . Ich liebe es, nein. Ich liebe es. Ich liebe es. Du hast es, weil es lohnt. Ich liebe es. ein dort mal licht wäre für solar aber warte mal vielleicht wissen die blüten erblühen lassen nur schlechter sind die lampe das war eine möglichkeit gott boom weg vielleicht muss der ball das ganze abklemmen wie ach warte mal vielleicht muss gar nicht der ball dahin schirm es nochmal aus und dann ja den machen weg ich muss kurz schauen dass es bis jetzt so das ist immer falsch hier überlegen was ich mit dem machen kann können ein tätig was aktivieren so zum beispiel ist dieser schalte weg ok mein gott so einfach war ich dir hier durch was passiert wenn ich ich muss einfach mal kurz testen was schon passiert wenn ich die blume mit dem licht ok da denke ich mal die muss hier rein ich mach nicht mal licht die blume die ganze sparen können so warte mal so mal einstecken hier so das war doch licht dass das da unten reicht ok vielleicht muss ich die kiste benutzen und die lampe drauf zu stellen oh man wie habe ich das vorhin gemacht dass die lampe funktioniert hat so wie einfach 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 das die blumen da bringt das auch niemand sonst will ich jetzt stoppt ihr das ok vielen dank fürs zusehen die heutige folge ist leider zu ende aber es geht weiter mit einem Abo. Verpasst hier keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.